Untertitelung des ZDF, 2020 Du wachst, du wachst, du wachst, du kommst hoch. Türen. Tür, Tür, Tür. Ich bin Jan und Martin, Einzelleiter Feuerwehr Ludesch. Wir sind geoffen worden zu einer Bergung des SLKW vom österreichischen Bundesheer. Der ist zwischen der Feuerhütte und der Ladebordwand eingeklemmt worden an einen Baum. Wir haben unseren Baum umschneiden und haben mit Hilfe der Stützpunkte der Ludesch mit dem schweren Rüst mit der Seilwinde wieder die Straße hochgezogen. Wir haben ca. 40 Mann im Einsatz von der Feuerwehr Ludesch mit insgesamt fünf Fahrzeugen.